Das Strommeln bedeutet für mich ganz viel, weil ich einer derjenigen war, die das Projekt mitbegleitet haben und gegründet haben. Die Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien, aus Flüchtlingsfamilien lernen bei den einheimischen Jugendlichen Breakdance und umgekehrt lernen Einheimische bei den Zugewanderten arabische Strommeln. Und das verbindet. Das Projekt macht aus, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Nationen zusammenkommen und zwei komplett unterschiedliche Themen zu einem zusammenfügen. Das Jugendwerk setzt sich für die Kinder und Jugendlichen ein, die aus verschiedenen Ländern kommen und sich in Deutschland wie zu Hause fühlen sollen. Ein meiner Ziele ist, dass ich Jugendwerk vielleicht in eine andere Stadt bringe, dass ich dort die Idee, das Konzept weiter begleite. Ja, begleiten. 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 Ja, begleiten.